Musik Und das Haar-Finale ist gestartet. Sieben zunächst Daniel Liranoff, vor die Mitglieder der Kommissar-Mensch. Gleich auch noch mit Nikolai Kratzikor. Aber noch erstes Daniel Liranoff, vor Dmitri Kavishevich und dann erst der Titel der Kallie auch. Danklein Nikolai Kratzikor. Ja, halten Sie. Vor Dmitri Kavishevich und dann Nikolai Kratzikor. Mit Kallie Kavishevich auch nach vier. Dann erwarten wir die letzte Rolle des Tages mit Kallie Kavishevich. Und soll es wahr sein, bitte Nikolai Kratzikor. Dann lässt er natürlich weitere Worte. Dann stellt Ihr Erfahrung absolut erst. Gleich mit dem Stäub in den Zähnen. Kallie Kavishevich, vor Dmitri Kavishevich.